Night Devils Sehen wir da ganz vorne Schau mal an Ihr nehmt schon alles sogar ich gut aus Ein schöner schwarzer Teufel Kampus tanz einmal Ja schau mal Boogie Jaaaa Gut Das hellige Spektakel Toll präsentiert hier von Kreativfilm Christian Rieder Vielen, vielen Dank Yoshi, die werden immer verrückter Da ist ein Bär dabei Der Gefahr der Tod ist mit dabei Oh Das ist angekettet Hohohoho Verrugte Maitatola Verrugte Maitatola Verrugte Maitatola Schlage Brands Verrugte Maitatola So, wir haben eine kleine Pause. Schön, einmal durchzuschnaufen. Die besten Bilder natürlich von unserem tollen Videoteam. Bist du? Ja, und natürlich auch der Chris oben und unser Regisseur, der EG. Die werden wir euch später vorstellen. Tolles Team, tolle Bilder. Was ist denn da los? Harald, die Straße brennt. Die Straße brennt. Das ist unglaublich. Ja, sind denn die verrückt geworden? Um Gottes Willen. Was ist denn da los? Um Gottes Willen, das kann ja nicht normal sein. Malnitz geht da in Flammen auf. Es brennt, es brennt, es brennt. Harald, der Nächste ist da. Warte mal, warte mal. Zeig mal das Schild hier. Da kommen sie her. Grafen Steiner, Teufelchen. Schaut euch den Kollegen an. Das ist kein Teufel. Lass die Teufelchen sehen und dann hört man es vor den Teufel. Also Krampus muss nicht immer hässlich heißen. Schaut euch das an. Du hast schwarze Haare, bist du ein typischer Engel. Voll, voll. Wo kommt sie her? Vom Hirschberg. Vom Hirschberg? Du zieterst ein bisschen. Das ist voll. Okay, fein. Pussel kriege ich keinst, oder? Schnell. Schnell. Hattest du es gesehen? Du nützt schamlos deine Position aus. Oh, oh. Und ich beneide dich hierfür. Jetzt ist er aber böse geworden, glaube ich, deswegen. Das dürfte der Freund sein vom Engeln. Das ist nicht so gut angekommen. Okay. Tu ihn nicht mehr, oder? Nein. Hinter dir brennt die Straße. Ah, Alter, Wahnsinn. Ein Wagen. Da brennt alles mit Feuerkugeln. Da wird ein Wagen gezogen von zwei Mönchen. So hat es den Anschein. Das sind unglaubliche Bilder hier. Joschi, gibt es auch Namen? Schaut es euch den an. Oh, da hinten kommt eine riesengroße Feuerkugel. Alles brennt hier lichterloh. Das ist ein Wagen gezegger. Das ist ein Wagen gezogen von zwei Mönchen. Das ist ein Wagen zuieren. Das ist ein Wagen. Ja, meine Damen und Herren, ein Tumult geht zu Ende, aber ein Tumult in dem Fall positiv besetzt. Ich glaube, da waren Bilder, sind wir alle begeistert. Da möchte man gerne nochmal sagen, die DVD ab morgen bei Wollegasports erhältlich. Hier bei uns, mein Netz ist voll. Es sind 10, 12, 13, 15 Nationen hier, alle sind begeistert. Ein Krampusumzug, den hat man so noch nie gesehen. Vierteng, bis zum nächsten Mal. Servus. Vierteng, bis zum nächsten Mal.